Das, was mich daran hindert, wenn ich nach den Sternen greif, ist, dass ich meine innere Stimme nicht in ein Kerker schmeiß. Immer gibt's was zu meckern, immer ist irgendwas los, dieses Pass auf dich auf, sonst bist du dadurch irgendwann tot. Notfreie Sekunden in meinem Kopf sind nur fehl am Platz, mehr Gedanken als genießen, jeden Tag. Ich hab nie einen Wunsch, doch jetzt hab ich einen, nur ein einziges Mal, diese Vernunft in mir abzuschalten. Denn wenn ich einmal keine Zweifel hätte, wüsste ich, dass ich nicht auf der Arbeit, sondern am Reisen wäre. Zuhause liegt in weiter Ferne, schmeiß Steine in die Meere, genieß alles, denn ich kann zwar scheine, aber meine Zeit nicht vererben und alles Weitere kommt auf mich zu. Keine Gedanken an Karriere und meinen Traumberuf, drück ein Auge zu, einmal sagen, das ist mein Film. Keine Zweifel, heute bin ich der, der ich sein will. Wenn ich einmal keine Zweifel hätte, würde ich bei keiner Sache aufgeben, sondern immer weiter kämpfen. Wenn ich einmal keine Ängste hätte, würde ich vor jedem Menschen, den ich kenne, einer meiner Texte rappen. Wenn mir einmal nicht wichtig wäre, was andere denken, würde ich mich selbst nicht unter Masken verstecken. Ich würde aufstehen und sagen, guck mal, ich bin wer, dabei bin ich es selbst, der mich selbst daran hindert. Ich will nicht in der Zukunft wollen, dass sich Vergangenes ändert, will nicht wissen, andere riskierten und machten es besser. Ich würde gern wagen, mit der Familie raus irgendwo hinzuziehen, doch meine Ängste hindern mich zu fliegen. Ich kann mir gern sagen, heut mach ich's, aber mach es nicht, weil ich mit meinen Träumen in meinem Alltag meistens abseits bin. Wenn ich nur einmal an mich selber denke, mach ich meine Träume, war keine Angst und zeige euch mein echtes Lächeln. Doch dann denke ich, ich wär zu Ängsten gezwungen, denn ich denke, ich bin am festen Job und Menschen gebunden. Meine Gedanken, Ängste, Sorgen, Zweifel mögen vernünftig sein, aber die machen mich bestimmt nicht frei. Irgendwann kommt der Tag, an dem ich einen Krieg gegen meinen Kopf starte und vom Strand aus schick ich euch dann eine Postkarte. Und vielleicht kommt ja irgendwann die Zeit, wo ich das höchste Gut erreiche und ich sage, ich bin frei. Wenn ich einmal keine Zweifel hätte, würde ich bei keiner Sache aufgeben, sondern immer weiter kämpfen. Wenn ich einmal keine Ängste hätte, würde ich vor jedem Menschen, den ich kenne, einer meiner Texte rappen. Wenn mir einmal nicht wichtig wäre, was andere denken, würde ich mich selbst nicht unter Masken verstecken. Ich würde aufstehen und sagen, guck mal, ich bin wer, dabei bin ich es selbst, der mich selbst daran hindert.